Israel soll palästinensische Häftlinge systematisch foltern, die israelische Menschenrechtsgruppe wirft Israel vor, gezielt palästinensische Häftlinge zu foltern. Laut dem Bericht sind die Gefangenen Demütigungen, Misshandlungen und sogar sexueller Gewalt ausgesetzt. Eine Sprecherin des israelischen Gefängnissystems bestreitet diese Vorwürfe, bestätigt jedoch, dass die Bedingungen für Häftlinge verschärft wurden. Es ist wichtig, dass solche Anschuldigungen ernst genommen und gründlich untersucht werden. Folter und Misshandlungen in Gefängnissen sind inakzeptabel und müssen konsequent verfolgt werden. Die Rechte und die Würde aller Gefangenen, unabhängig von ihrer Herkunft, müssen respektiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob die israelischen Behörden die Vorwürfe der Menschenrechtsgruppe untersuchen und angemessen darauf reagieren werden. Es ist entscheidend, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht gewährleistet sind, um sicherzustellen, dass solche Verstöße nicht toleriert werden. Transparenz und Rechenschaftspflicht